So, und wieder ein LP auf der Döner-Map. Auch von mir. Yei, 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 oh, 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 oh. Diesmal mit der Hurricane erstmal und dann wechsle ich gleich mal ein bisschen rum wieder. So, wir gehen uns mal schön hier oben verschanzen. Doing. Aufs Dach. Erstmal das Gläschen hier abschießen. Ah, na, na, da hab ich doch einen gesehen, da hab ich doch einen gesehen. Wo ist er, wo ist er hin? Weg ist er, weg ist er. Hier kann man sehr gut campen. Na, wo seid ihr alle? Da ist einer, da ist einer. Oh, der kommt jetzt gleich die Kiste hoch. Und da können wir dann abknallen. Boah, wie fies bin ich denn? So. Na, na, da ist doch jemand, da ist doch jemand, da ist doch jemand. Boom und weg. So, jetzt gehen wir mal wieder runter, weil das ist langweilig, immer von hier oben ab. Da mach ich immer nur, äh, Fights gegen Matoro. Aber sonst. Ja. Da kommen die raus, da kommen wir rein. Die gehen gerade nicht da lang. Hier kommt man nach oben zum Dönerspieß. Ein schöner Jumper. Man kommt auch von hier vorne hoch. Zu den schönen Würstchen hier. Oder was auch immer, Brötchen. Keine Ahnung. Liegt an eurer Vorstellungskraft. Nein, nein, nein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir auf dem Bar... Ah, scheiße. Die sind schon da, die sind schon da, die sind schon da. Nicht gut, nicht gut. Kamikaze, Kamikaze. Ja, da kommt man hoch, genau. Er hat's gesehen. Und ich bin gleich tot. Schnell, lauf, 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 lauf. Man hat mich noch nicht entdeckt. Hinter dir, vor dir, neben mir. Oh, scheiße, weg. Hier kann man auch sehr gut snipen. Oh, das... Das ist einer aus meinem Team, nicht gesehen den Namen. Entschuldigung. Nein. Oh, ich hab keine Munition mehr. Gut, dass der so wenig HP hatte. Oh, sehr nicht schlecht. Ja, sehr nicht schlecht, ja. Und dann noch killen. Wie, was? Und dann noch killen. Du hast dich schon wieder bewegt. Ich hab jetzt nicht mitgelesen, aber... Keine Ahnung, was du meinst. Wenn du mich meinst, du hast dich bewegt, dann hab ich dich erst gekillt. Vorher hab ich dich in Ruhe gelassen. Ja. Shit. So, dann gehen wir mal auf deren Seite. Man kann auch hier, wie gesagt, in den Hinterhof. Von der Dönerbude. Shit, jetzt komm... Und hoch, und hoch. Und das ist deren Seite. Kommt man natürlich auch hier durch rein. Oh, da sind welche auf dem Baum. Oder nicht? Oder doch? Oh, nein. Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut. Sorry. Ich hätte eigentlich Hammer nehmen sollen, aber... Egal jetzt. So. Jetzt gehen wir die schöne Leiter hier hoch. Und nochmal hoch. Und dann kommen wir in einen schönen Bereich hier. Wo man auch wieder abknallen kann. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Man kann hier übrigens abgeknallt werden, wenn einer auf dem Dach ist. Genauso kann man hier einen, der auf dem Dach ist und hier... Ballert, kann man den auch abknallen. Das ist natürlich extra so gelöst. Dass man nicht zu viele Vorteile hat. So. Und wenn einer hier oben hier drinnen steht, kann man den auch, wenn man die Leiter da hinten hoch geht, von da oben auch sehr gut abknallen und er kann euch nichts tun. Ja, hättest du dich mal umgedreht, dann hättest du meine Füße gesehen. Wir gehen nämlich jetzt mal da rüber. Hopp und hopp. Der will auf den Baum da hinten. Ich hab's doch gewusst. Was haben alle gegen Nades im Nahkampf? Ich benutze auch oft Nades im Nahkampf. Ja, klar. Ich versuch die so zu werfen, dass ich nicht selber davon sterbe, aber... Manchmal passiert's halt. Trotzdem macht es Bock. Vor allem manchmal wechsle ich aus Versehen anstatt meine Piranha irgendwie die Nades. Und dann hab ich keine Zeit mehr zurückzuwechseln. Dann schmeiß ich die Nade natürlich auch noch. Von daher... Solange man nicht jedes Mal selber drauf geht, ist das ja schon noch in Ordnung, find ich. Sehr gut. Wir gehen mal hinterm Dönerspieß. In die Fritteusen... Fettpfanne hier. Oh, noch ein bisschen Fett drin. Nein, jetzt nicht mehr. Jaa. Nahkampf Nades hier. Ab nach oben. Oh, da ist doch schon jemand. Da ist doch schon jemand. Ja, ein Gegner, ein Gegner. Und der ist tot. Ich treff dich. Irgendwo bist du. Boah, der ist auch gegangen. Nein! Ja, jetzt treffen mich sogar die Nades von unten. Das darf doch nicht wahr sein. So eine Reichweite. Ach so macht Bloxy, das ist ja... Komm, schieß. Hast ein Freekill von mir aus. So, bitteschön. Das war ja wohl nicht mit Absicht, wenn ich Nades unten hinschmeiße, dass ich oben sterbe. Also, ne? Jetzt hört mal zu. Man muss auch schon mal ein bisschen gucken. Vor allem mich juckt's auch nicht, ey. Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj dann ist das eh scheißegal. Nein, nein, nein. Ich treffe nicht oder ich lege nicht. Oder er leckt oder ich lege. Irgendwas leckt hier jetzt gerade. Okay, hat gereicht. Egal. Jetzt gehen wir mal wieder nach oben. Komm, zack. Ah, Glück gehabt. So, jetzt würden wir das bestimmt einer nachmachen hier, ne? Der kommt bestimmt gleich. Und dann kriege ich ihn. Hm? Dann gucken wir erstmal von oben. Wo seid ihr? Komm, ich schmeiß mal einen Nate da rein. Nein, die soll eigentlich ein bisschen schräge da so rein. Boom, yeah. Voll erwischt. Ah, kommt schon. Wo seid ihr? Sonst komm ich runter. Da ist er. Da kommt er. Also es ist nicht nur einseitig. Man kann natürlich auch zu den anderen da reinwerfen, ne? Durch die Tür. Das ist alles kein Problem. Immer schön fair, fair, fair. So, jetzt gucken wir mal hier oben. Oh, da ist er schon. Perfekt. Nein. Jetzt sollte ich auch noch treffen, ne? Verdammt. Phil. Oben, oben, oben. Hinter dir. So. Schon wieder keiner hier. Habe ich noch Premium? Ja, gut. Dann machen wir gleich mal einen Sprung. Scheiße. Scheiße, habe ich gereicht. Komm. Piranha, Piranha, das muss reichen. Ja. Wow. Nicht schlecht. Nein, nein, nein. Wo? Nein. Verdammt. Den hätte ich noch haben müssen. Das ist, was du brauchst. Genau. Na, komm. Komm. Scheiße. Wopilex. Komm, 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 komm. Sieh zu. Piranha. Eigentlich wollte ich mal Waffen wechseln zwischendurch, ne? Okay, jetzt habe ich ja die Piranha, ne? Von daher, oh nein. Harter Kampf, wenn drei Leute da stehen. Ja, etwas leckt das auch. Ach, ne, komm, Waffe wechseln. Komm, nehmen wir mal hier. Und was können wir noch nehmen? Und die Osternaids vielleicht mal. Und da ist noch... Boah, super. Ja, toll. Habe ich jetzt ja voll geschafft. Ja, das war die Map Dönerkebab von Changer. Also von mir auf seinem Account gemacht. Bewerten natürlich mit zehn, wie auch immer. So, das war's. Die Map Dönerkebab von Changer. Ja, das war's. Ja, das war's.